Fünfzehn Sekunden, was ist mit dir los? Hey, cooldown Fünfzehn Sekunden Jetzt auf die warten und dann kommen wir Na Haus Na Haus Ich denke, es ist ein Tauker Lauf nicht durch die Picks Lauf schon mal rum Ihr könnt das Herz auch in dieser Fläche da, wenn ihr schnell genug seid und dann kommt ihr immer direkt runter Verliert da keine Zeit Aufpassen, ich bin heute leise Null sterben die schön Paranoia oben Der nächste Picker ist unten Soll ich gleich die nächste Fläche kommen Ja Ja, komm komm Machen wir noch Safe Dann warten wir die nächste Fläche ab und dann Nein Wir können den nächsten auch noch machen Und dann nächste Fläche und mit der nächsten Fläche die abgelegt ist können wir nach Hause gehen Nochmal die zum Tauker direkt Mach die zum Tauker direkt Mach die zum Tauker direkt Mach die zum Tauker direkt Der Pick Wohm Interrupten Ok und jetzt Tötelt ihn Ich weiß schon Wir gehen hoch 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 Krass Zu klau Kass Naja, einmal noch. So, aber wie sieht man das? Außen oder hier? Die Pfeile, die von hier rausgehen. Diese schwarze Pfeile, die gehen immer in die Richtung, wo du hinweg wirst. Achso. Die blauen Dinger, die da rum sind, die machen keinen Schaden, oder? Nein. Immer probiert, deswegen habe ich Angst, nicht bereit zu gehen. Verteilen. Superere Partner. Herzjusen. Herzjusen. Und die andere Gruppe. Hörtchen wir noch weg? Und sag mir einfach, wann ich die Führung bin. Licht, Kurs. Link. Oh, oh, oh. Tentakel, die sich mobb machen Und wir gehen rüber nach Richtung Orange Okay, schnell Noch das letzte Tentakel, dann noch Alle auf den Tentakel Dort auch noch Innen schafft wir nicht Kommt ihr hoch? Gleich Versucht das Tentakel noch schnell Wommen, wir kommen Boss, Boss Boss Leute, Boss Wir haben noch Paranoia Lauft einfach nicht in die Leute mit Paranoia rein KR Die Ports hier sind gut Sprekt mal nicht ganz zu dolle Versucht euch so in der Line nach außen Vor allen Dingen die Ranges ein bisschen weiter hinten stehen Damit die Midis Platz haben zum Ablegen gleich Ich bin in der Nähe von Greenmark Kommt mal rüber weit Bleib mal stehen Das ist der Der 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 ist der Die Meint ihr, es reicht, wenn wir das App hier auch machen und dann fokussen? Ja, ich müsste... Herz-Use, Herz-Use Denkt an Gesu, Haltrenke, Haltrenke, Haltrenke Haltrenke, und... Rufen, Rufen Rufen Und das App weg Alle Death-CDs rein Alle äußeren Rand Äußeren Rand, zurück, zurück, zurück Halt euch hoch Halt euch hoch Wollt ihr jetzt vielleicht Tunnel? Ja, jetzt Tunnel, 16 Millionen ist ja nix mehr Ähm... Ich war auf Boss Ich war auf Boss Ich war auf Boss Ich leg gleich mal in die nächste Darkness, gleich noch In die Void rein Nächste Darkness Achtung, der Fuß von Void Noch Haltrenke, noch wenn ihr habt Und jetzt geht's um den neben Nicht an dem, nicht an dem Jetzt Tänk, Tänk, Tänk Ja Ich nehm nach dem Team an Ich nehm nach dem Team an Ich rück den einfach runter, das ist gar nichts mehr Und nicht fliegen Bei 3 Platz vom Stil Ist wieder einfach gewesen Fuck Ja, noch ist er nicht da, oder? Schafft Das Video werde ich sehen Ich hab kein Video Ich bin... Waffen Kill So muss ein Kill aussehen Ich kenne mit es